Das Brot ist heilig, duftende Kruste, weiches Innere. Brot ist eines der grössten Geschenke, das uns die Erde schenkt, und wir sollten es schätzen. Es ist unser tägliches Brot. Das wusste auch ein Knecht, dem keine Arbeit gut genug war. Nichts interessierte ihn wirklich, nichts machte ihm Spaß. Was er überhaupt nicht leiden konnte, war mit dem Fuhrwerk über den Kamm des Altvatergebirgs zu fahren. Es war nämlich eine harte Arbeit, denn das Altvatergebirge sind hohe Berge. Die Straßen waren voller Schlaglöcher und Steine, und je höher man kam, desto schlechter wurde der Weg. Auf guten Straßen mussten die Bewohner des Altvatergebirges noch lange warten. Und so war es, dass der Knecht jedes Mal, wenn ihm diese Arbeit zugeteilt wurde, nur sehr langsam vorankam. Er fluchte laut, und die armen Pferde peitschte er gnadenlos. Einmal bekam er die Aufgabe, einen Wagen voller Brot aus Thomasdorf, das im Tal des Flusses Biela liegt, auf die andere Seite des Gebirges zu bringen, wo gerade eine große Hungernot wütete. Warum fressen sie keine Steine, wenn sie dort so hungrig sind, mummelte er, als er mit großer Unlust die Pferde für den Weg über die Berge vor den Wagen spannte. Die Rappen bahnten sich hart ihren Weg durch die schlammigen Wiesen und Wege. Den ganzen Sommer über hatte der Regen den Landstrich gequält, was zu einer miserablen Ernte führte, die den besagten Hunger verursachte. Der Knecht trieb die Pferde mit harten Schlägen an, bis sie vor Erschöpfung zitterten. Weiter und weiter. Er peitschte sie immer wieder aus, bis ihre Rücken voller blütigen Narben waren. Es dauerte nicht lange, und sie schafften es bis zur Quelle des Heidelbrünnel. Der Mann wollte keine Zeit damit verschwenden, sich auszuruhen. Er wollte so schnell wie möglich die unliebsame Aufgabe vom Hals haben. Die erschöpften Tiere waren jedoch nicht in der Lage, noch einen weiteren Schritt zu tun. Sie standen hilflos da und ließen sich peitschen. Dem Knecht war klar, dass die Pferde bald zusammenbrechen würden. Dann kam ihm ein teuflischer Plan in den Sinn. Um das Fuhrwerk wieder in Gang zu bringen, brauchte er einen festen Weg unter den Rädern. Eilig lud er das Brot vom Wagen und legte es einzeln auf die schlammige Straße. Als der Wagen komplett leer war, rief er, Auf einmal wurde der Altvaterkampf von dichten Nebel bedeckt und die Wolken gaben die Kutsche des Knechts. Die Luft begann zu wirbeln, der Wind pfiff zwischen den Felsen und durchkämmte die Wiesen. Es kamen Regenströme und es fing an zu donnern. Der Sturm dauerte die ganze Nacht. Als sich am Morgen der Nebel lichtete, wurden umgestürzte Fichten sichtbar. Die Nadeln an den beschädigten Ästen zitterten. Und wo nachts die Kutsche des Knechts stand, ragten jetzt mehrere Felsen heraus. Die Fuhrmannsteine stehen hier noch heute. Und wer genau hinschaut, erkennt schnell den Knecht und sein Fuhrwerk in den Steinfalten. Die Nachricht von dem Unglück verbreitete sich schnell. Niemand hatte jedoch viel Mitleid mit dem grausamen Knecht. Was mit seinen armen Pferden passierte, ist nicht ganz sicher. Ein Teil der Einheimischen jedoch behauptete, sie seien am nächsten Tag gesund und munter nach Hause zurückgekehrt. Anderen zufolge nahm sie der Geist der hiesigen Berge Altvater in sein Reich auf und fütterte sie dort mit goldenen Getreide und anderen Köstlichkeiten. Einige sind jedoch überzeugt, dass Zaumzeuge und Pferde in den Steinfalten gut zu erkennen sind. Aber wer das glaubt, kennt den barmherzigen Altvater nicht gut. Warum sollte er unschuldige Tiere versteinen? Brot ist eines der größten Geschenke, das uns die Erde schenkt. Es ist unser tägliches Brot. Brot ist heilig. Tag und Nacht dem Bedürftigen zu Hilfe. Ist dem nicht so, hat der Tod uns in seiner Macht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017